Das hätte überhaupt nicht passieren dürfen. Blutdruck steigt. Oh Gott, diese Schmerzen. Ihr Geburtstermin? Der wäre erst in fünf Wochen. Es wird alles wieder gut. Oh, mein Baby. Wie geht's Abigail? Es tut mir sehr leid. Sie starb etwa um sieben Uhr. Nicht, Abby. Sag mir, dass es ihr gut geht. Sag, dass es ihr gut geht! Ich schwöre dir, wenn du mir jetzt nicht sagst, dass es ihr gut geht! Mr. Higgs, ich zeige Ihnen Ihre Tochter. Das dient zur Beatmung. Ihre Tochter atmet noch nicht eigenständig. Die Maschine hilft dir. Ich kenne dich nicht. Der Schutzwall ist gebrochen. Der Kategorie 4 oder 5. Sir, Sie müssen auch nach oben. Was ist los? Wir gehen. Der Ball ist gebrochen. Wir müssen sie rausschaffen. Unmöglich. Wir sitzen hier fest. Dann tun wir das nicht an. Schwester! Die Batterie ist alt. Sie speichert immer nur Strom für drei Minuten. Alles wird gut, mein Schatz. Bald kannst du ohne Hilfe atmen. Ich bin im St. Mary's Krankenhaus und ich brauche dringend ein Rettungsteam. Hallo? Hey! Hier ist ein Weg! Hey! Ich bin hier! Nein! Komm zurück! Nö! Ich will dich wiederhaben. Bitte! Untertitelung des ZDF, 2020